Hallo, hier ist der Peter und jetzt haben wir eine neue Location und alte, bekannte, schöne W210er Klubsaugen, aber zwei ganz unterschiedliche, obwohl sie ausschauen wie eineiige Zwillinge. Nach dem Intro ein paar Details dazu. Bevor ich mich richtig rein stürze, erstmal was zu meinem Outfit. Die Weste ziehe ich nachher gleich aus, weil ich tue heute Schweißen. Ich habe letztes Mal gesehen, Höhle der Löwen, dann gab es irgendeinen Spare Ribs Halter für den Grill, Bavarian Waboisifis heißt. Und ich habe noch so Metallreste, da schweiße ich mir das zusammen. Deswegen habe ich auch einen alten, dreckigen Hoodie an. Und eure Arbeitshose, ihr kennt sie auch schon. Und die Uhr mache ich auch weg. Die habe ich mir jetzt nochmal gezogen mit Metallband, weil ich konnte mich gar nicht entscheiden. Die Autos schauen fast identisch aus. Ihr seht hier 300er Turbodiesel mit Typbezeichnung. Hier E320 ist ein Benziner ohne Typbezeichnung. Er hier ist bedeutend niedriger. Beide sind Avantgarde und Avantgarde haben von Haus aus ein Sportfahrwerk. Er hat nochmal zusätzlich ein krasseres zum Sportlichfahren. Ein Viewer hat geschrieben, oder was heißt der Viewer? Bei Instagram hat mir einer angeschrieben. Ich blende es euch mal ein. Ich soll mal die zwei Autos vergleichen. Das mache ich sehr gerne, weil ich liebe sie auch beide. Ohne Flachs. Wenn du lange Strecke fährst oder Daily oder einfach, habe ich sie super gern, die Autos. Ich kann es euch gleich sagen, warum. Du sitzt drin wie ein König. Du hast eine Klimaanlage, du hast Ledersitze. Beide Schiebedach sind Automatik. Beide bewegen sich von A nach B. Und finde ich jetzt genial, Kopffreiheit. Ich habe das schon mal gesagt, beim W212er, aber auch sogar beim W220 S-Klasse. Also der W212er ist ein neuerer, zwei Generationen. Der andere ist die gleiche Generation, aber S-Klasse sitzt man so hoch. Keine Ahnung, vielleicht ist so viel Elektrik im Stuhl drin. Hier hast du lediglich orthopädische Sitze. Das gibt mir hin die Stabilität. Da kann ich stundenlang drin sitzen ohne Schmerzen und Beschwerden. Ihr lacht jetzt alle, kommt erst mal in mein Alter. Bei dem gibt es dazu zu sagen, er ist von 97, der andere ist von 99. Die Autos wurden gebaut von 95 bis 2002. Und es gab 97, eine ganz kleine Modellpflege, so mit Funkfernbedienung und, und, und. Und 8,99, also so im Hochsommer, August, 8,99, gab es dann die große und dann gab es dann diese Rücklichter. Die habe ich nachträglich hingemacht. Ich fand es einfach schön. Die haben noch nicht viel Geld gekostet. Ich glaube, beim Chinesen 60 Euro. Ich habe die originalen noch, kann man umbauen. Aber irgendwie finde ich die, schaut das Heck ein bisschen schöner aus. Schönes Rot mit diesem Dunkel hier. Mir hat es persönlich gefallen und um das geht es ja nur. Jetzt gehe ich mit euch die Autos durch und erzähle so ein bisschen die Unterschiede. Ich fange jetzt mal hier an mit dem Dieselfahrzeug. Das Auto hat hinten zwei Kopfstützen und er hat hier ein Bremslicht, ein zentrales. Gleich mal hier zum Vergleich. Er hat ein längliches Bremslicht und er hat hier noch eine Kopfstütze. Hinten sind die Bose-Boxen und er hat noch ein Sonnenrollo. Übrigens ein Sonnenrollo, was funktioniert. Bei diesem Fahrzeug, was ich richtig feiere, sind die orthopädischen Sitze. Ansonsten haben sie gleiches Holzdekor. Hier ist ein Mercedes-Radio drin. Ich habe vorher mal, glaube ich, einen Alpine drin gehabt. Da haben wir ein Schiebedach. Sitz muss ich manuell verstellen. Klimaanlage muss ich manuell bedienen. Er ist Automatik und ich fahre ihn halt super gerne. Ich habe jetzt über 280.000 Kilometer drauf. Ich bin mit dem, weiß ich, wie viel schon gefahren. Deutschland rauf, runter, Österreich, Schweiz, Italien. Habe mich noch nie im Stich lassen. Macht mir richtig Freude. Und ich habe halt richtig schön viel Platz. Ich habe da hinten eine riesen Rückbank. Ich habe einen großen Kofferraum. Kann ich immer mein Zeugs reinlegen. Habe immer viel Zeugs dabei. Motor ist ein Sechszylinder. Unkaputtbar. Macht alles richtig, richtig Spaß. Es sind, glaube ich, 177 PS. Und man kann ihn auch relativ flott bewegen. Aber wie schon gesagt, es ist für mich, ist er für eine Langstrecke, ist er absolut der Chiller, der Großer, wo man mit guter Laune entspannt ankommt. Jetzt gehen wir mal zum anderen Fahrzeug rüber. Hier haben wir übrigens die Original Avantgarde Alufelgen. Und hier hat er noch etwas sportlichere Exemplare. Und ihr seht, er ist noch tiefer. Versuchen wir das Ganze mal Seitenverkehr zu machen. Hier geht der Luxus schon mal los mit elektrischen Sitzverstellungen, inklusive Kopfstützen und Memory. Und natürlich auf der Fahrerseite, ihr könnt es jetzt sehen, ist noch eine Lenkradverstellung. Das kannst du auch noch elektrisch verstellen. Er hat eine Park-Distance-Kontrolle noch zusätzlich. Er hat eine Klima-Automatik. Und er hat das modernere, aufwendige Radio mit Navigation. Habe ich noch nie verwendet, aber er hat es halt. Übrigens habe ich auch noch nie verwendet, hat aber auch eine Standheizung verbaut. Dann haben wir hier ziemlich ähnlich, was noch dazu kommt. Also wir können noch den Kofferraum öffnen, können wir hier auch. Wir können den Rollo bedienen, Sonnenrollo. Und wir können hier Park-Distance ausschalten. Das Holz ist stellenweise ein bisschen heller wie beim anderen und ist hier schon so ein bisschen gebrochen. Übrigens, ich habe gestern den Achim getroffen. Den Achim aus Horb, der das ja bei Mercedes professionell gemacht hat. Und jetzt professionell für alle möglichen Oldtimer anbietet, dass er die Hölzer macht. Den möchte ich demnächst im Frühjahr-Sommer mal wieder besuchen. Dann bringen wir mal was mit, dass ihr euch mal ein Bild machen könnt, wie es vorher ausschaut, wie es nachher ausschaut. Hier ist es in meinen Augen eher ein Gebrauchsgegenstand. Ich sehe den jetzt nicht irgendwann mal im Mercedes-Museum drin. Deswegen stört mich das auch nicht so. Aber ich wollte nur sagen, man kann sowas auch super veredeln. Hier haben wir auch die Sitze, Leder mit Lotto. Die Autos schauen fast identisch aus, gell. Man muss aber dazu sagen, dass der hat ja einen Grundpreis von 85.000 D-Mark. Und wenn ich das so zusammenrechne, Avantgarde, glaube ich, 4,5, 5. Dann die Standheizung, dann die Klimaautomatik, dann das Navi, boh, boh, boh. Also ich denke mal, der hat schon deutlich über 100.000 D-Mark kostet. Vielleicht 105, vielleicht 108, das ging bei Mercedes immer super schnell. Ich freue mich, dass ich ihn habe. Ich habe einen schönen, ich habe einen, mit dem ich richtig Spaß haben kann. Und ich habe aber auch keine so Kopfschmerzen mit riesen Unterhaltskosten. Und ich habe hier das Gegenüber noch, mit dem ich halt so richtig vor sich hin zuckeln kann, wo ich halt die großen Kilometer fahre. Das Lenkrad schaut noch ein bisschen moderner aus. Schlüssel mit Fernbedienung haben es beide die identischen. Und hier ist eigentlich auch alles gleich. Hier gibt es einen Cupholder dafür. Und ansonsten kann man das Getränk einfach nur reinstellen. Finde ich auch sehr gut. Und hier haben beide noch identisch ein Fach, wo man alles mögliche reinzieht. Also von der Innenraumaufteilung finde ich es bedeutend besser, wie den Nachfolger, den Nachnachfolger und was da sonst alles von Mercedes gebaut worden ist. Was ich noch ganz ordentlich finde, das sind hier diese Radläufe bei beiden Autos. Hier werden wir mal bald ein Video dazu machen mit diesem Griff, dass man es da gerade nicht hochzieht, weil das vielen Leuten passiert. Sondern man nimmt halt wirklich beide Hände, damit man nicht an den Plastikhebel ziehen muss. Und wenn es dann doch abgerissen ist, wie man es öffnen kann, wie man es repariert und und und. Hier ist gebracht. Hier haben wir einen kleinen Soundcheck, dass man mal den Motor hört. Er hat 224 PS und es ist ein V6 mit 3,2 Liter Hubraum. Ein bisschen dunkel, sieht man jetzt nicht so viel. Aber macht Spaß, kann man ganz flott damit fahren. Beim Diesel haben wir eine Reihe, Sechszylinder und natürlich einen großen Turbolader. Und hier schaut die Geschichte ein wenig anders aus. Ich gehe hier rein und muss warten, bis dieses Licht aus ist. Vorglühner heißt das Zauberwort. Kennt man heute nicht mehr so, das war aber damals so. So, und hier haben wir den Dieselmotor, der natürlich dieses typische Taxinagel hat. Außen ist es jetzt laut, aber innen ist es ganz angenehm. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Und da, wenn du im Fahrzeug sitzt, klar, du nimmst schon wahr, dass es ein Diesel ist, aber du kannst echt ultra angenehm damit Langstrecke fahren. Fazit. Wenn ich eine sogenannte Kurzstrecke fahre, und ich sage jetzt einfach mal Kurzstrecke unter 100 Kilometer. Ich fahre vielleicht von München nach Salzburg oder von Salzburg nach München oder irgendwo im Gäu rum. Und ich fahre Landstraße, klar, auch Autobahn, dann feiere ich den total, weil du kannst einfach ein bisschen ballern. Das Auto fährt 238 Spitze, bin ich noch gar nicht gefahren. Ich sage mal so, auf der Autobahn so 180, 200, ich glaube 220 bin ich mal gefahren. Aber eigentlich ist es 180, wenn es frei ist, mal Reisegeschwindigkeit. 7,7 Sekunden braucht er, heute wird man lachen, aber durch dieses Fahrwerk kann man das wirklich flott fahren und muss auf der Landstraße nicht in jeder Kurve runter bremsen. Da fährt man natürlich auch nur 100 oder vielleicht ein ganz kleines Myth rüber, aber nur so, dass es erlaubt ist im Toleranzbereich. Brauchen du dann natürlich 10 Liter und wenn man ballert, brauchen wir natürlich auch 12 und mehr Benzin. Hier schaut die Geschichte schon anders aus. Er fährt bloß 220, das ist für mich die Reiselimousine, das ist so mit über 100 Kilometer. Das ist auch so, weiß ich, wenn du mal richtig nach Berlin hoch fährst oder wenn du hier nach Italien runter fährst, ist es einfach ein perfektes Auto. Ich habe keine Kopfschmerzen, dadurch, dass ich jetzt ein teures Auto hätte oder ein anfälliges Auto. Ich habe keine großen Betriebskosten, aber ich sitze drin wie ein König, er bringt mich von A nach B. Und was die Leute von außen, die reinschauen oder aufs Auto gucken, über mich denken, das ist mir völlig egal. Wichtig ist, wie es mir geht, ich sitze im Auto drin. Der andere braucht 8,9 Sekunden, also ein bisschen über eine Sekunde mehr. Es ist gar nicht so viel, weil der Turbo Diesel ist halt wirklich Bombe. Übrigens, den kannst du mit 7,9 Liter Diesel im Schnitt betreiben, aber ich habe es auch schon gemessen ohne Bordcomputer, hat er auch gar nicht. Ich habe den schon mit 6,8, ich glaube 6,8 waren sowas gefahren. Und den kannst du fahren mit Diesel, theoretisch kannst du den aber auch mit allem fahren, alles was schmierig ist, ob das Pommesöl, Sonnenblumen, Rapsöl, altes Öl, es muss nur ein bisschen schmierig sein, er verbrennt das alles. Aber ihr kennt es ja eh, das ist einfach wie so ein Taxi, es ist eine beruhigende Nähmaschine, die so vor sich hin tackert. Und wenn du durch die Ortschaft grusen tust, dann geht die Drehzahl unter 1.000 Umdrehungen runter und der ganz, ganz smooth tackert er vor sich. Es ist echt beruhigend, es ist echt angenehm. Hier flottes Fahren, sportlich genießen und hier einfach Strecke ballern und Kosten sparen. Ich weiß auch nicht, wie man günstiger von A nach B kommen könnte, wenn man Langstrecke fährt. Und übrigens ihn tanke ich einmal voll und fahre meine 1.000 Kilometer. Und wenn ich jetzt mit dem Tesla unterwegs bin oder mit einem anderen E-Auto, dann kann ich alle 300-400 Kilometer erst mal 3,5 Stunden oder vielleicht sogar 2 Stunden Pause machen und muss dann vielleicht sogar noch suchen anfangen, wo es hier was zum Laden gibt. Das habe ich hier alles gar nicht. Wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich mir heute immer noch so etwas Ähnliches bauen. Würde man vielleicht anbieten, dass man günstiger Rapsöl, das vielleicht hier angebaut ist, eintankt. Oder man würde alte Plastikflaschen, die kannst du irgendwo so, ich weiß nicht, wie das heißt, auf 400 Grad erhitzen. Da darf kein Sauerstoff dazukommen, sonst passiert da was. Es gibt jetzt so eine Anlage auch mit Altreifen irgendwo in Norddeutschland. Und dann wird es destilliert und dann kommt halt Öl, Diesel, sowas raus. Also man könnte schon wirklich tolle Sachen machen. Wenn man dann noch gute Filter hinbaut, dann kommt kein Schadstoff raus. Du kannst es bestimmt optimieren, dass du unter 6 Liter kommst. Also man könnte, wenn man wollte, könnte man da schon richtig was draus machen. Ich bin super dankbar, erstmal für die Leute, die ich gestern getroffen habe auf der Retro-Klassik in Stuttgart. War mehr wie geplant. War total schön. Auch vielen Dank für die, die mich einfach spontan angebatscht haben. Und ich bedanke mich natürlich ganz arg für den, der mir das Thema vorgegeben hat. Weil dafür erzähle ich richtig gern. Muss ich gar nicht so oft auf mein Skript gucken, obwohl ich natürlich immer ganz gern eins habe. Wer sich über sowas lustig macht. Hey, ich bereite mich halt einfach ganz gern vor. Und ich gehe am Ende einfach nochmal durch, ob ihr auch alles erwähnt habt. Und dann bin ich für heute raus. Und wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Thema. Ich glaube, ich habe da schon was Schönes in der Pipeline. Wir sehen uns bald wieder. Ich sage wie alle weinen, Tschüssi Kowski bis Badowski.